Der Mönch Eberhard hat auf Anordnung seines Abtes Marquardt auf insgesamt 374 Pergamentblättern ein einzigartiges Monument geschaffen, den Kodex Eberhardi. Die Handschrift gilt als eines der aufwendigsten und umfangreichsten Kopiale des hohen Mittelalters. Die mit zahlreichen figürlichen und ornamentalen Verzierungen und Schmuckinitialen ausgestattete Pergamenthandschrift enthält die Abschriften von Urkunden und Traditionsnotizen des Klosterarchivs. Kaiser- und Papstprivilegien sowie Privatschenkungen begründeten den immensen Besitz Fuldas, der sich von der Nordsee bis zu den Alpen und vom Elsass bis nach Thüringen erstreckte. Der Mönch Eberhard hat allerdings seine Vorlagen teilweise verfälscht oder sogar Einträge frei erfunden. In der Wissenschaft gilt er als unzuverlässig und als Musterbeispiel für Fälschung und Betrug, wenngleich seine Verfälschungen oft nur formaler und nicht inhaltlicher Art sind. Er war nicht Fälscher aus Leidenschaft, sondern leidenschaftlich bemüht, weltliche Übergriffe auf Fuldaer Besitz abzuwehren und alle Ansprüche und Besitztitel seiner Abtei zu sichern.